Hallo, ich bin hier im Stadtwald und da hinten ist der Rodelberg und so kann es nämlich auch funktionieren. So stelle ich mir vor, dass es überall in der Stadt ist. Dass wir hergehen und den Tourismus hier mit anbinden, dass die Leute sehen, wo können sie Sport machen, dass die Trainingsgeschichten mit da sind, dass es mit gefördert wird. Das geht, aber es ist hier nur an einer Stelle und das wollen wir flächendeckend in der Stadt. Dann ist Sport für Neumünster auch ein Tourismusfaktor.